Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Heute lernst du mehr über das Verb heißen. Wir üben die Endungen von heißen im Singular. Wiederhole nach mir. Heiß plus e. Heiß plus e. Ich heiße. Ich heiße. Ich heiße Aisha. Heiß plus t. Du heißt. Du heißt. Du heißt. Du heißt LOD. Heiß plus t. Heiß plus T. Heiß plus T. Er heißt Er heißt Richard. Heiß plus T. Heiß plus T. Sie heißt Sie heißt Mirjam. Heiß plus T. Heiß plus T. Es heißt Das Baby heißt Luis. Es heißt Luis. Wir wiederholen. Das sind die Endungen im Singular. Ich heiße. Du heißt. Er, sie, es heißt. Das waren die Endungen von Heißen im Singular. Gut gemacht! Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Bis zum nächsten Mal. Tschüss!